Guten Appetit Schatz! Ja ich habe die Suppe wieder so gekocht wie du sie so gerne magst mit Oregano ja und der Prise Zucker und Sahne wie das Das war's für heute. 2 bis 5 Grad erwarten wir heute Höchsttemperaturen von 10 bis 10 Grad. Widerschläge sind nicht zu erwarten. Windgeschwindigkeiten von etwa 0 bis 20 km sind das Maximale. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gestern Abend kam es in Berlin-Lankwitz zu einem dramatischen Ereignis. Der 58-jährige Drehbuchautor Karl Walter fiel einem Mord zum Opfer. Nachbarn berichteten von Schreien und verständigten die Polizei. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, erlag jedoch den schweren Verletzungen. Der Täter sowie die Tatwaffe konnten noch nicht ausfindig gemacht werden. Jedoch steht die Ehefrau des Opfers unter Verdacht. Wir berichten nun vom Ort des Geschehens. Sie ist doch wirklich gut, die Suppe. Und du mochtest sie immer so gerne. Und du mochtest sie immer so gerne. Untertitelung des ZDF, 2020